Herzlich willkommen zu Industry Forward Expo. Mein Name ist Matej Granovic von Publish Industry. Wir befinden uns jetzt bei der dritten Session heute für den Fokus-Blog Lieferkette. Und jetzt geht es um das Thema Product Mining. Ist das der Turbo für Ihr Portfolio und Supply Chain Management? Um diese Frage zu beantworten, habe ich heute zwei Speaker mit dabei, und zwar einmal Efraim Trima. Er ist Shareholder und Advisor im Bereich Enterprise Accounts von Soleil. Und Dr. Sven Hilfert. Er ist selbstständiger Berater bei Portfolio for Growth. Hallo ihr zwei. Hallo. Das wäre es von meiner Seite aus. Ich wünsche den Zuschauern und euch beiden viel Spaß und gebt damit die Bühne frei. Ja, Matej, vielen Dank für die tolle Einleitung. Unser Titel der Turbo für Portfolio und Supply Chain Management mit Product Mining. Bevor wir ins Thema einsteigen, möchte ich eine kurze Standortbestimmung machen. Warum ist überhaupt ein Turbo für das Portfolio Management und für das Supply Chain Management nötig? Der Hintergrund ist ganz einfach. Wir haben eine sehr große Komplexität. Bei den Unternehmen eine große Herausforderung, vor denen die Unternehmen stehen. Ich denke, einige Schlagworte sind da sehr bekannt. Wir haben große geopolitische Spannungen. Wir haben Klimaveränderungen. Es gibt sehr viele Themen, die auf die Unternehmen einprasseln. Dadurch entsteht Komplexität. Dafür wird auch klarer, dass das Thema Portfolio Management und Supply Chain Management sehr viel mehr an Bedeutung gewinnt. Und ein Thema bei den ganzen Herausforderungen, die sieht man manchmal gar nicht so genau und das möchte ich gerne nochmal ganz konkret aufgreifen. Und zwar ist das hier ein schönes Chart vom Visual Capitalist, was uns die Innovationszyklen über die letzten Jahrzehnte, sogar Jahrhunderte aufzeigt. Und ich will da gar nicht zu sehr im Detail jetzt durchgehen. Aber was ganz interessant ist, sich mal anzuschauen, wie hat sich das eigentlich grundsätzlich entwickelt? Und man kann hier sehr schön sehen, erster Punkt, die Zyklen werden an sich immer kürzer, währenddessen aber die Ausschläge auf globale Auswirkungen und Disruption immer größer werden. So, das sind die ersten zwei Punkte. Und der dritte Punkt ist auch sehr spannend. Wir bewegen uns gerade von der fünften in die sechste Welle. Das heißt, wir kommen noch von vor 10, 20, 25 Jahren her mit dem Thema New Media, Softwareentwicklung. Da hat Computer noch viel mehr an Bedeutung gewonnen, Digital Network etc. Und sie sind jetzt voll im Wechsel. Jetzt sind plötzlich Themen wie IoT, AI, Robots and Drones und vor allen Dingen auch das ganze Klimathema, Cleantech, sehr, sehr präsent und wechseln sozusagen uns in die sechste Welle. Auch das bringt wieder eine ganze Menge Komplexität mit sich, wenngleich. Und das schon mal ein erster Hinweis. Natürlich solche Innovationszyklen nicht nur Komplexität mit sich bringen, sondern auch häufig und oftmals auch Lösungen mit an Bord haben, um diese Disruptionen und Ausschläge, die es da gibt, Komplexität zu meistern. Wie wirkt sich das Ganze aus, die ganze Komplexität und die Herausforderungen, vor die Unternehmen gestellt sind? Ich habe hier mal mitgebracht, ein Chart vom Statistischen Bundesamt, was uns aufzeigt, wie sich die Auftragseingänge im produzierenden Gewerbe, in der produzierenden Industrie über die letzten zwei Jahre entwickelt hat. Und was wir hier sehr schön sehen können, ohne direkt auf die Zahlen einzugehen, sieht man schon allein an dem Chart, dass die Schwankungen der Auftragseingänge, die Volatilität immer mehr zunimmt. Wir hatten jetzt im Januar bis März, ja, war im Dreimonatsvergleich der Auftrags-, die Volatilität des Auftragseingangs ein bisschen geringer. Aber in Summe hatten wir 4,3 Prozent weniger Auftragseingang als in den Monaten zuvor. So, also man sieht hier eine starke Herausforderung, kann sich schon vorstellen, dass das natürlich auch wieder eine Dimension ist, die auf die ganze Supply Chain in Unternehmen und auf das Produktportfolio eine sehr starke Auswirkung hat. Und ja, Sven, da gerne auch mal an dich direkt die Frage übergeben. Du bist ja viele Jahre im Topmanagement, in Vorständen von Unternehmen in der produzierenden Industrie unterwegs gewesen. Was sind so die Herausforderungen dieser volatilen Welt an Unternehmen? Ja, vielen Dank, Efraim, für die Frage. Du hast es ja schon gerade wunderbar beschrieben. Auf der einen Seite stark schwankende Auftragseingänge. Auf der einen Seite hohe Kundenanforderungen natürlich an Lieferzuverlässigkeit, kurze Liefertermine auf der anderen Seite. Und als ganz wesentlichen Punkt, viele Unternehmen haben eben ein langjährig gewachsenes Geschäft, ein langjährig gewachsenes Portfolio, welches eben historisch über viele Jahrzehnte entwickelt wurde und dadurch meist eine hohe Komplexität und Varianz an Produkten aufweist. Vielfach ist das natürlich getrieben durch die Kundenbedürfnisse, dass eben jeder Kunde natürlich seine optimale Lösung haben möchte und auch nur für das bezahlen möchte, was er wirklich braucht. Also kommt man als Unternehmen in den Bedarf, möglichst passgenaue Varianz zu entwickeln. Das geht auch sehr, sehr lange gut, bis man eben an den Punkt kommt und insbesondere, wie wir hier in dem Chart sehen, wenn die Ausschläge eben sehr groß werden, dann wird wirklich diese Komplexität ein Hinderungsfaktor. Auf der anderen Seite muss man eben sagen, dass sowohl Varianz und Komplexität per se ja nicht schlecht sind, aber sie muss natürlich vom Kunden honoriert werden und er muss bereit sein für diesen Leistungsumfang, den man dann als Unternehmen bietet, auch wirklich zu bezahlen. Und meist fehlt einem im Unternehmen diese Transparenz. Und wie schon beschrieben, ist es eben eher historisch gewachsen. Das Fazit daraus ist natürlich, man muss wegkommen von dem Reagieren, eher ins Agieren und in wirklich eine gemanagte Komplexität, die dann auch zum eigenen Geschäftsmodell ideal passt. Und davon hängt es natürlich ab, wie man seine Komplexität darstellt. Auf der anderen Seite ist man eben als Unternehmen ja auch permanent in dem Spannungsfeld aus Kosten, Liefertreue, das heißt Termin und am Ende Technik, USPs und Erfüllung der Kundenanforderungen. Und das ist halt eine tägliche Challenge im Unternehmen, weil man natürlich anstrebt, möglichst geringes Kapital gebunden zu haben. Das heißt, geringe Lagerbestände auf der anderen Seite eine hohe Verfügbarkeit darstellen will mit kurzen Lieferzeiten und eben eine optimale Technik, um die Kundenanforderungen zu erfüllen. Das heißt, man bewegt sich eben tagtäglich in einem Optimierungsproblem, was häufig in Unternehmen auch zu Troubleshooting führt. Und ich denke, da muss man wegkommen und eben insbesondere in ein vorausschauendes Management, vorausschauendes Supply Chain Management kommen, damit das Ganze sich im geregelten Fluss befindet. Und ich denke, das beschreibt so die Herausforderung, die viele Unternehmen gerade in den letzten Jahren hatten und wo man eben mehr ins Agieren kommen muss. Das sind schon ganz konkrete Punkte, wie Volatilität und Komplexität auf die Unternehmen einwirkt. Du hast es vorhin so schön beschrieben in einem Spannungsfeld eigentlich aus Kosten, Termin, Liefertreue und Technik. Und dass das dann entsprechend Herausforderungen auch wieder beim Unternehmen hervorruft. Vielleicht auch ganz konkret die Frage, was muss jetzt da getan werden, um das zu meistern? Also wie schon gerade eben beschrieben, erst mal eben vom Reagieren ins Agieren und Steuern kommen. Das hört sich erst mal sehr, sehr einfach an, aber da steckt natürlich vieles dahinter. Und dann sind wir eben bei diesen Themen Soleil und Product Mining. Am Ende die Komplexität wirklich auf die wertstiftende Komplexität reduzieren. Das heißt eben auf die Varianz, für die der Kunde bereit ist zu bezahlen und die eben zum Geschäftsmodell passt. Das bedeutet dann natürlich auch gegenüber den Kunden ein klares Werteversprechen aufzustellen und zu vermitteln, damit eben klar ist, wofür stehe ich als Unternehmen. Und dann die Wertschöpfung entsprechend dieser Komplexität ausrichten. Das heißt möglichst spät natürlich die Komplexität in meiner Wertschöpfung entstehen zu lassen, mein Portfolio klar zu strukturieren. Da tauchen dann solche Begriffe, Schlagwörter auf wie STO, also Select to Order oder CTO, Configure to Order oder ETO, Engineered to Order Produkte zu definieren und dann eben auch vorauseilend am Ende genau danach meine Supply Chain auszurichten. Das heißt eben zu überprüfen, wo brauche ich Just-in-Time-Lieferungen, wo brauche ich vielleicht einen Second-Source-Lieferanten, wo brauche ich andere Sourcing-Regionen. Also das hat natürlich dann auch sehr viel mit Risikomanagement und vorausschauendem Ausrichten meiner Produktion, meiner Lieferketten zu tun. Und da liegt dann eigentlich der Schlüssel zum Erfolg drin, weil wenn ich Lieferprobleme habe, dann kann ich sie auch mit Product Mining nicht kurzfristig lösen. Ich kann zwar sehen, was dann die Auswirkungen sind und wer ist als Kunde betroffen, aber ich muss meine Hausaufgaben vorher machen. Und das heißt eben, ja, schädliche Komplexität entfernen, für die der Kunde nicht bereit ist zu bezahlen, um am Ende mich langfristig auszurichten, Kosten zu sparen und auch Raum für Innovationen zu schaffen. Du hast das ja eben schon schön beschrieben. Wir haben jetzt, eigentlich betrifft das die ganze Wertschöpfungskette im Unternehmen, die Komplexität und die zu behandeln. Also da sind viele Bereiche und Abteilungen entlang der Wertschöpfungskette mit beteiligt. Du hast das jetzt ja auch aktiv bei Unternehmen begleitet und auch durchgeführt. Du hast da auch hier einen Slide mitgebracht, wie du das umgesetzt hast. Exakt. Ja, ich sage mal, wie gesagt, ich hatte gerade eben schon genannt, am Ende braucht es ein klares Werteversprechen. Dieses kann natürlich nur entstehen, wenn ich eine klare Strategie habe. Und da bin ich jetzt hier bei dem Prozessnavigator von PMI. Den wir in unseren Trainings- und unseren Beratungsprojekten auch als Guideline verwenden. Und da fängt es eben an mit dem Thema Unternehmensstrategie. Da möchte ich jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen, sondern nur das grobe Prinzip darstellen. Das heißt also, ein Unternehmen muss eine klare Strategie, einen klaren Nordstern haben, wo auch dieses Thema Werteversprechen gegenüber den Kunden, Märkten und Leistungsportfolio definiert ist. In dem nächsten Schritt leite ich daraus dann meine Anforderungen an mein Produktportfolio overall ab. Das heißt, eine klare Portfolio-Strategie zu definieren. Und dann komme ich in die dritte Ebene, nämlich zu den Produkten, wo ich dann aus der Strategie, Portfolio-Strategie, klare Produktstrategien ableiten kann und damit auch den Handlungsrahmen für das Thema Varianten- und Komplexitätsmanagement schaffe. Das ist erstmal ein extrem wichtiger vorheriger Schritt, bevor ich eben Variantenmanagement durchführen und einführen kann oder Product Mining, damit ich überhaupt meine Handlungsmaxime, meine Guidelines habe, in denen ich mich bewegen möchte. Und dann ist dann eben der nächste Schritt, der daraus natürlich folgt. Ich muss mir Gedanken über ein aktives Variantenmanagement machen, dieses Einführen, das ganz klar an der Strategie und dem Geschäftsmodell ausrichten. Um das aber tun zu können, brauche ich überhaupt erstmal eine hohe Transparenz über meine Varianz im Portfolio. Was ist wertstiftend? Wie sehen meine Lieferketten aus? Und so weiter. Und dann bin ich eben bei dem Thema Product Mining, weil das ist der Schlüssel, womit ich diese durchgehende Transparenz vom Lieferanten bis zum Kunden überhaupt erst schaffen kann, auf Knopfdruck. Und das ist meistens eine der größten Challenges in Unternehmen, überhaupt diese Transparenz zu schaffen. Das heißt, Product Mining ist so einer der ersten notwendigen Schritte. Und wenn ich eben Variantenmanagement und Product Mining mache, dann habe ich beide Werkzeuge, die ich eben überhaupt brauche. Und was ist das Ziel von dem Ganzen? Natürlich ein klar strukturiertes Portfolio zu schaffen, was die Kundenwünsche schneller und präziser erfüllt, die Resilienz in meiner Lieferkette zu erhöhen, weil ich eben meine Lieferkette ideal auf die Lieferzeiten, die ich meinen Kunden verspreche, ausrichten kann, auf die erforderliche Varianz. Ich will die Profitabilität letztendlich erhöhen, dass ich eben wirklich die Varianz, die ich generiere, auch bezahlt bekomme. Und mir war immer ganz wichtig, auch klarzumachen, dass der Kunde immer im Mittelpunkt steht. Das heißt also, Standardisierung und Variantenmanagement ist nicht gegen den Kunden, sondern am Ende ist das Unternehmen und der Kunde ein Gewinner, weil er eben eine Varianz bekommt, die genau zu dem passt, was er braucht. Auf der anderen Seite, wenn sie gut gemanagt ist, über ein sinnvolles Variantenmanagement, sie eben auch schneller bekommt und kostengünstiger bekommt. Und auf der anderen Seite steigert es eben die Zuverlässigkeit im Unternehmen, macht die Prozesse smoother im Unternehmen, verhindert Troubleshooting und am Ende erhöht es eben den Unternehmenswert und das Ergebnis, sodass eben beide Seiten letztendlich davon gewinnen. Du hast es jetzt erwähnt, Product Mining ist da ein integraler Bestandteil, um die Transparenz herzustellen. Du hast selber auch schon begleitet Product Mining-Projekte in den Unternehmen. Wie habt ihr das da konkret angewendet? Ja, ich denke, das zeigt hier diese Folie ganz schön. Das Produkt eben in der Mitte und wie ich jetzt schon kurz auch beschrieben hatte, habe ich auf der einen Seite ja das Spannungsfeld, auf der linken Seite meine Lieferanten, auf der rechten Seite meine Kunden und ich muss eben dieses Netzwerk über die Supply Chain, über die Produktion bis zur Lieferung zum Kunden ideal managen. Und dafür brauche ich eben Informationen. Das heißt eben, welches Bauteil fließt in welches Produkt und wenn es vielleicht nicht verfügbar ist, was bedeutet das dann auf der Kundenseite? Und das kann ich eben sehr schön schaffen mit Product Mining und der Lösung von Soleil, da das eben viele ERP-Systeme heute so nicht durchgängig bieten oder eben nur mit sehr, sehr viel Aufwand, weil ich mich meistens in verschiedensten Sichten bewegen muss. Ein anderes super Feature von der Soleil-Lösung ist eben auch dieses Thema Stücklisten-Vergleich. Das heißt eben, ich kann direkt über Soleil sehen, welche ähnlichen Produkte habe ich in meinem Portfolio und damit eben auch Lösungen schaffen, in dem Sinne, dass ich vielleicht kurzfristig auch bei Lieferproblemen dem Kunden ein Alternativprodukt anbieten kann oder auch langfristig damit eben mein Portfolio bereinigen kann, indem ich doppelte Varianz entferne und damit eben mehr Standardisierung schaffen kann, ohne für den Kunden Nachteile zu generieren. Aber Efraim, da bist du natürlich viel tiefer drin als ich und daher würde ich dich jetzt auch noch mal bitten, vielleicht noch mal ein bisschen detaillierter zu beschreiben unseren Gästen, wie Product Mining im Detail funktioniert. Ja Sven, das mache ich natürlich sehr gerne. Also vom Prinzip vielen Dank auch für deine Überleitung dazu und wie du es schon im Einsatz erlebt hast, grundsätzlich funktioniert Product Mining eigentlich in drei Schritten. Also im Schritt eins werden erstmal jedwede Daten, die irgendwas mit dem Produkt zu tun haben. Das sehen wir hier schon in dem Chart gesammelt von Soleil und verknüpft und nicht nur verknüpft, sondern auch verstanden. Das heißt, man versteht, woraus besteht ein Produkt, welche Stücklisten sind dahinter, welche Komponenten sind dort verbaut, die vielleicht noch eine Wiederverwendung in anderen Produkten haben oder sind es vielleicht exklusive Komponenten, die in das Produkt einfließen, was schon mal ein möglicher Komplexitätstreiber ist, welche Lieferanten liefern diese Komponenten. Ist da vielleicht eine Single-Source-Beziehung, auch wieder ein Komplexitätstreiber möglicher oder was liefert der Lieferant noch, was gibt es noch für qualifizierte Lieferanten. Und nicht nur in die Supply-Seite gedacht, sondern natürlich auch in die Demand-Seite. Die Produkte, gehen die vielleicht in irgendwelche Produktfamilien ein? Es werden aber auch Warenkörper analysiert. Das heißt, welche Produkte werden häufig mit welchen zusammenverkauft? Was macht eigentlich mein Kerngeschäft aus? Und was ist aber neben Kerngeschäft vielleicht nötiges Nebengeschäft, was vielleicht auch mal ein C-Produkt ist und unter dem Radar fliegt, wo wir aber feststellen können, hoppala, das ist irgendwo in so einem Warenkopf, wird das immer mitverkauft und hat eine hohe Relevanz zum Kerngeschäft. Was sind die Kundenaufträge dahinter? Das sind die Themen, die hier mit Product-Mining gesammelt werden, vernetzt werden und verstanden werden. Und im zweiten Schritt fängt dann Product-Mining an, wirklich Cluster zu bilden und Handlungsfelder aufzuzeigen, automatisiert mit ganz verschiedenen Analysen, die dahinter stecken, die man auch gerne weiter anreichern kann, wo man dann aber genau sieht, okay, hier ist jetzt ein Handlungsstrang. So, jetzt zeige ich mir doch mal bitte, wo es Komplexität, die mir wirklich wehtut, wo ich sage, das sind vielleicht noch Produkte und Produktsets, die einen Umsatz haben, die einen Absatz haben, vielleicht auch sogar noch eine Marge haben, die aber vielleicht eine sehr hohe Komplexität mit sich bringen, weil viele exklusive Komponenten verbaut sind, weil viele Lieferanten gepflegt werden, weil viele Bestände dahinter sind und aber keinerlei Relevanz zum Kerngeschäft oder zu Key-Accounts ist. Das wäre so die eine Ecke, die man sich als beispielhaft mal anschauen kann. Es werden aber auch Handlungsfelder zum Kerngeschäft aufgezeigt. Das heißt, ich sehe genau, wo ist mein Kerngeschäft, aber wo ist vielleicht auch ein Nebengeschäft. Ich hatte eben schon dieses Beispiel mit dem C-Produkt genannt, wo wir vielleicht ein Hauptprodukt haben und dann gibt es irgendwelche Unterlegscheiben, die ich gar nicht so auf dem Radar habe, aber die super wichtig sind, um das Produkt fertigzustellen und so zu bauen oder mitverkauft werden müssen und letzten Endes vielleicht auch ein kritischer Pfad da ist, weil ich sehe, hoppala, dieses C-Produkt ist gar nicht groß auf dem Radar, ist vielleicht auch von den C-Lieferanten, vielleicht auch Single-Source und vielleicht auch noch niedrige Bestände. Da würde jetzt sofort eine rote Lampe aufgehen, die mir dann aufzeigt, hoppala, hier ist Kerngeschäft im großen Risiko. Und das sind die Themen, die Soleil im zweiten Schritt aufzeigt und dann im dritten Schritt natürlich zur Handlung führt. Analysen sind super, aber sie bringen dann dem Unternehmen was, wenn man Maßnahmen ableitet. Und das ist genau der dritte Punkt. Diese Maßnahmen werden mit in Soleil definiert, die werden auch automatisch Vorschläge generiert und dann können wirklich alle Beteiligten in der Wertschöpfungskette auf diese Datenpunkte zugreifen, in einer wirklichen Übersicht, die keinen Data Science Know-how erfordert, sondern wo ich einfach genau sehe, okay, wo drückt eigentlich der Schuh und was hängt genau dran? Und dann können zum Beispiel Face-Out-Prozesse, also schädliche Komplexität wirklich nachhaltig bis runter auf Komponenten-Lieferantenebene auszufasen, angestoßen werden oder vielleicht auch Komplexität besser einzupreisen oder die Wiederverwendungsrate zu erhöhen, Exklusivität runterzuholen oder auch das Kerngeschäft zu stärken, aus der Supply Chain sich zu gucken, was hängt denn am Kernumsatz dran oder was hängt denn am Lieferanten dran? Was sind denn da die Kunden dahinter? Welche Produkte werden da noch nötig sein zu bedienen, um das Kerngeschäft zu realisieren? So, und diese Themen werden aufgedeckt und auch dann mit Handlungen versehen und kollaborativ abgebildet, sodass man die auch wirklich zur Umsetzung bringen kann. Das ist eines der Kernpunkte von Soleil Product Rining. Das sind die drei Schritte, wie es funktioniert. Ich würde da gerne auch nochmal den Ball, Sven, an dich zurückspielen. Wir haben eingangs ja über das ganze Thema Volatilität gesprochen, Komplexität, die dadurch entsteht und auf die Unternehmen, auf das Portfolio, auf die Supply Chain einwirkt. Wie kann man denen begegnen? Wie kann man konkret handlungsfähig werden? Das haben wir jetzt gesehen. Abschließend da gerne aber auch an dich die Frage, wie wird sich das weiterentwickeln? Ja, ich denke, Efraim, du hast es ja eben schon beschrieben. Also ich glaube, es wird weiter volatil bleiben und eher volatiler werden. Das wird uns einfach die nächsten Jahre weiterhin begleiten. Auf der anderen Seite ist der Kostendruck auf der Kundenseite entsprechend hoch. Das bedeutet eben, der Kunde ist nur bereit, für das zu bezahlen, was er auch wirklich an Leistungsumfang braucht. Und das führt eben weiterhin dazu, dass es Varianz brauchen wird, um die ideale Kundenlösung zu generieren und anzubieten. Auf der anderen Seite auch als Hersteller und Lieferant hat man immer die Notwendigkeit nach Kosteneffizienz. Auch das wird uns weiterhin begleiten. Also wir bewegen uns weiterhin in diesem Spannungsdreieck zwischen idealer Lösung, Kosteneffizienz, Volatilität des Marktes. Und diese müssen wir managen. Und da helfen uns eben solche Tools wie Product Mining, wie zukünftig sicherlich auch KI. Das heißt eben, datengetriebene Tools werden weiter zunehmen im täglichen Alltag, um das zu managen. Und ich denke, am Ende ist nie der richtige Zeitpunkt, etwas zu beginnen, in dem Sinne, dass man immer genügend Themen hat, die man bearbeiten will. Und deshalb ist es eigentlich, wo man sagen muss, besser heute anzufangen, um dann wirklich in dieses vorausschauende Agieren, zu kommen, als in das kurzfristige Reagieren und Troubleshooting. Und das wäre jetzt so mein Abschlussstatement auch. Beginnen ist der Schlüssel und wirklich umsetzen. Schöner Schlüsssatz. Also da will ich gar nichts mehr hinzufügen, sondern das lasse ich genauso stehen. Anpacken, umsetzen. Matej, ich glaube, wir sind perfekt in der Zeit geblieben. Gerne deshalb das Wort wieder an dich. Super, super. Danke, Efraim. Ihr seid wunderbar in der Zeit, hast du recht. Und danke auf jeden Fall schon mal für den Vortrag. Und ich würde sagen, wir gehen mal direkt in die Q&A-Session über. Und ich würde einfach mal mit einer relativ einfachen Frage, mit einem einfachen Statement vielleicht anfangen. Weniger Produkte, mehr Erfolg. Geht das überhaupt? Ja, interessante Frage. Ein guter Punkt ist ja eigentlich ein Spannungsfeld. Weniger Produkte und mehr Erfolg. Aber ich glaube, das war jetzt eigentlich genau gut dargestellt. Komplexität an sich ist ja nichts Negatives, sondern nötig sogar. Das Wichtige ist, dass man das richtige Verhältnis hat und ein besseres Verhältnis zwischen Komplexität, die unternehmerisch wertvoll ist, und Komplexität, die mehr Schaden zufügt. Und die Komplexität runterzunehmen, führt häufig auch dazu, dass man sich von Produkten trennt. Wir haben das gesehen bei verschiedensten Unternehmen, die so lame im Einsatz haben, die wirklich radikal Produkte, Bauteile ausgefasst und runtergenommen haben und dadurch aber viel mehr Handlungsspielraum wieder bekommen haben, eigentlich für ihr Kerngeschäft. Und Dinge rausgenommen haben, die vielleicht nicht nur aus rein betriebswirtschaftlicher Perspektive und Marge betrachtet wurden, sondern auch, die wirklich eine Komplexität in Unternehmen verursacht haben, die wehgetan hat. Und das runterzunehmen, führt zu häufig auch weniger Produkten. Und logischerweise hat es einen positiven Impact mit Sicherheit auch auf den E-Bit und auf das Networking Capital. Ja, das erinnert mich so ein bisschen an ein Restaurant im Endeffekt, wo du am Anfang irgendwie gefühlte 50 Sachen bestellen kannst und dann irgendwann merkt die Person, man reduziert es einfach mal drastisch auf das, was halt wirklich die meisten Leute bestellen. und das, ja, weniger Komplexität, aber dann doch irgendwo auch mehr Einnahmen, wenn man es richtig macht. Und Bessere und Verfügbarkeit, das sind natürlich ja wesentliche Faktoren, die auch heute eine hohe Rolle spielen. Ja, dann habe ich, glaube ich, ein oder zwei Fragen. Ich glaube, das wird nach dem, was du jetzt am Ende erzählt hast, Efraim, wahrscheinlich hauptsächlich an dich gehen, die Frage. Aber natürlich, Sven, falls du dazu auch was zu sagen hast, gerne. Nee, aber wie geht Product Mining mit der Analyse von Produkten um, die möglicherweise im Portfolio als Poor Dogs identifiziert werden? Da habe ich jetzt akustisch nicht verstanden, als was werden die identifiziert? Als Poor Dogs. Ah, Poor Dogs jetzt aus der BCG-Matrix. Das ist ein sehr guter Punkt. Product Mining schaut eben nicht nur auf die rein betriebswirtschaftlichen Komponenten. Natürlich kommen beim Poor Dogs noch weitere Perspektiven aus dem Markt dazu. Aber ich glaube, dass hier die Ergänzung mit den Infos, was ist eigentlich an Komplexität im Unternehmen, was hängt da dran? Wie lang ist das Produkt eigentlich bei mir im Portfolio? Wie sind da Mitverkäufe? Wie hoch ist die Wiederverwendungsrate? Wie stark ist das im Kerngeschäft mitverkauft? Bringt eine viel umfänglichere Sicht, als wenn ich nur auf den Poor Dogs schaue. Und häufig haben wir es tatsächlich in Projekten gesehen, dass Produkte, die in dieser Kategorie, in dem Cluster enthalten sind, doch noch starke Beziehungen zum Kerngeschäft haben. Oder andersrum, dass man der Meinung ist, häufig aus vertrieblicher Sicht, doch, doch, ich brauche dieses eine Produkt noch, das können wir bitte nicht rauswerfen. Aber dann in Product Mining feststellt, nee, das ist ein wirklich wahrer Poor Dog. Da hängt kein Gerngeschäft dran, da ist kein strategischer Kunde dran. Auch wenn der Vertrieb meint, damit noch viel Umsatz zu machen, kann man datenfaktenbasiert ganz gut aufzeigen, was die Wahrheit ist. Also Poor Dog ist sicherlich eine Perspektive, aber die bezieht die ganze Komplexität im Unternehmen und die Wertstiftung, die daran hängt, nicht mit ein. Okay. Du hast auch gegen Ende hin das Phasing Out mal kurz erwähnt. Kannst du vielleicht ein konkretes Beispiel nennen, wie Product Mining dazu beiträgt, eben gerade Entscheidungen über dieses Phasing Out von Produkten zu treffen? Ja, also ich hatte kurz erwähnt, dass Soleil hilft, das Portfolio zu klastern, es werden am Anfang ganz viele Analysen gefahren, die mir helfen, das Portfolio zu segmentieren. Da kommt von Soleil ein Vorschlag, der dann, wir nennen das Core-Sight-Ballast-Analyse, wo ausgewiesen wird, aus verschiedensten Perspektiven und Blickrichtungen ist dieses Set hier, Ballast, und das ist eine Vorschlagsliste an Produkten, die du dir bitte, liebes Unternehmen, anschauen musst. Und dann geht man rein, nimmt sich die Vorschlagsliste, treibt die Unternehmen mit den entsprechenden Leuten durch, kann sich da alle Zusammenhänge anschauen, und das dann in den Entscheidungsprozess digital und automatisiert überführen, so wie es eine FISMAN macht, wie es eine Hansgrohe macht, wie es eine Lenze macht und damit sehr erfolgreich, das komplett digitalisiert, automatisiert und vor allen Dingen datenbasiert und faktenbasiert durchführt und wenig Brauchgefühl hat. Super, danke. Dann würde ich sagen, kommen wir noch mit der letzten Frage noch abschließend. Vielleicht wieder auch so ein bisschen, eine etwas provokantere Frage. Verhindert eine hohe Produktvarianz und Komplexität eventuell den Faktor Innovation? Sven, perfekte Frage für dich. Ja, also ich sage mal, als Unternehmen hat man natürlich immer nur begrenzte Ressourcen und zum einen kann aus Varianz und Generierung von Varianz auch Innovation entstehen, aber wenn ich meine Ressourcen dort binde in wenig wertstiftende Varianz, dann würde ich sagen, ganz klar verhindert es Innovation, weil ich eben dann diese Kapazitäten und dieses Know-how nicht habe, um über neue Produkte nachzudenken. Und ein gut strukturiertes Portfolio ist eben auch ein Enabler, um sich um Innovationen wirklich zu kümmern und dafür genügend Kapazität zu haben. Also ja, es ist ein positiver Beitrag, wenn ich gutes Variantenmanagement mache, um auch in Innovationen zu gehen, weil dann verstehe ich auch mein Portfolio besser und weiß genau, was der Kunde auch braucht und kann meine Innovation genau darauf ausrichten. Das hängt also auch so ein bisschen von der Struktur im Endeffekt ab. Also manchmal kann eine Varianz schon Innovation bewirken und manchmal muss man sich wirklich überlegen, ob es eigentlich wirklich sinnvoll ist. Exakt. Super. Gut, dann jetzt weiter. Auf jeden Fall vielen Dank, dass wir noch die Zeit genommen für die Q&A-Session und nochmal vielen Dank auf jeden Fall für den Vortrag. War sehr, sehr spannend. Und liebe Zuschauer, vielen Dank, dass Sie dabei waren und dass Sie die spannenden Fragen gestellt haben. Weil Sie immer noch Interesse an dem Thema Lieferkette haben, ich auf jeden Fall habe es noch. Wir haben noch im Anschluss immer noch einen weiteren Vortrag für dieses Fokus-Thema. Ich würde mich freuen, wenn Sie da auch dazuschalten. Ansonsten haben wir noch heute und morgen spannende weitere Themen auf der Expo. Auch da würde ich mich freuen, wenn Sie mit dabei sind. Und ansonsten bleibt mir nicht viel anderes übrig, als noch mich zu verabschieden. Ich danke mich nochmal bei euch beiden für den Vortrag. Danke an die Zuschauer. Und ich wünsche euch allen und euch beiden natürlich auch einen wunderschönen Tag. Und würde schon mal sagen, auf Wiedersehen.